und los geht's halt was habt ihr hier zu suchen da ich jetzt die parole kenne muss ich mich wohl nicht mehr hineinschleichen wenn ich meine trümpfe richtig einsetze kann ich einfach hineingehen ich habe ein paket für olig materialien für sein experiment weißt du irgendwas von einer lieferung nein seltsam vielleicht ist die nachricht irgendwie untergegangen egal er sagte es sei dringend deshalb kam ich sofort her verstanden wie lautet die parole die wahrheit aller dinge in ordnung ihr könnt euch kann man euch aber leicht verarschen vielen dank wo wären wir nur ohne wachen naja jetzt kann ich die art dass er noch eine kiste haben will schreikraut ok mondklinge also wenn die jetzt noch besser ist als der falten säbel tatsache ok die genauigkeit sinkt um 60 punkte aber dafür steigt der kritische wert ah ich versuche es einfach mal herausfordern zu stark schwere klinge ist aber lustig ist jetzt auch wieder besser nee ok aber vielleicht für pterion ja aber die genauigkeit dann benutzt du erst mal hier fangen fangen säbel ja gut genau so ei 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 nee danke ah ja das ist wieder ein dungeon orlex anwesen das heißt es werden wieder zufallskämpfe erscheinen ja sieht auf jeden fall schön aus und die musik hört sich auch schön an ok hier ist auch nur mein speicher punkt das ist gut da ist eine kiste und sogar eine rote 3000 goldmünzen ok sehr gut ach du scheiße eiswächter wächter und eiswächter tja ok deutsch haben die schon mal schwäche schwert auch oh gott macht ja kaum dämmert hat er vielleicht noch argsschwäche nee scheide starb vielleicht nee lässt meine arrow fly in tro tatsache okay interessant was nächstes ist wow wow und war ich mit guten dämmert mein turn so du bist schon mal tot das in der hand mein turn 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 äh 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 violettet turn das gehen würde wäre denkbar denkbar Ja, komm in, wenn ich nicht verletzt werde. Da! Vorbeigetragen. Und Bruch. So, du heilst uns einmal, bitte. Lass deine Wände heilt werden. Lass meine Arrows fliegen und tot. Der Hunde endet. Und Averick hat ein Level-Up. Stufe 17, nicht schlecht. So, okay, hier ist nichts. Da ist noch eine Kiste. Lichtsehen Schein M erhalten. Oh, hallo, ihr seid neu. Lass ihn den Hunt beginnen. Dunkelwächter. Okay, die Emma wird die gleichen Schwächen. So, du bist auch nicht froh. Habt ihr vielleicht... Licht als Schwäche? Ja, okay, gut. Dunkelheit. Out of my way. So, ist das für mich besiegt? Let your wounds be healed. Letting my arrow fly in true. Well, komm, ich übertreib mal ein bisschen. What next? Hast du das super gemacht. Tja, du hast das super gemacht. Tja, du hast das. Die Bat... Ich... Puff. Jo. Mit jedem Bat, ich wende stärker. Und Ophelia hat Stufe 30 erreicht. Supi. Da ist eine Wand dazwischen, okay. Ja. Dann kann ich ja jetzt den oberen Gang mal wählen. Es ist ein guter Tag für die Krieg. Okay. Kurator. Bitte vernichte erstmal die Wächter. Die Eiswächter, genau. Und dann haben die wohl als Magieschwäche Feuer, die Eiswächter. Erweiterte Magie. So, der Wächter ist schon mal tot. Der Wächter ist schon mal tot. Der Wächter hat das Schmerzschwäche. Der Wächter ist auch nicht sicher. Der Wächter wird mir sein. Der Wächter wird mir sein. so den oberen weg und zwar gehe ich jetzt mal nach links ja okay olive des lebens erhalten sehr schön das noch eine kiste anringende pflaume sehr gut also überraschungsangriff für uns ich will not be defeated let's in the hunt beginning let's admire ich mach mal das war angenehm das ist der beginnende von deinem Ende überraschungsangriff okay ja dachte ich mir dass die schwäche licht haben mal kommt nochmal weil es so viel spaß gemacht hat Sie haben viele Schwäche, muss ich sagen. Sie haben auch vielleicht ein Schwert? Komm in, wenn du es möchtest. Das ist schon. Okay, da muss ich wohl hin. Ich habe nichts gesehen, ich habe es gesehen. victory shall be mine dunkel sentinel die jetzt alle im vorzustand sind lumi essence die schwarze nacht die schwarze nacht beginnen gut setz ihn mal in den bruch zustand genau Oh, da. The battle is truly joined. Letting the hunt beginning. My turn. Letting the hunt beginning. The battle is truly... With each battle, I grow stronger. Und Oberig hat Schufe 18 erreicht. Perfekt. Ja, eine violette Kisse. Blitzamulett. Wo bist du denn da? Verringernd allein den Blitzschaden. Na ja. Vielleicht mal bei Bosskämpfen mal... Ähm, nützlich. Ich mache das schnell. So, du bist jetzt mal ein Brot zuständig. Jawohl. So, ich schütte den erst mal, genau. Und jetzt den. So, und jetzt können wir nicht mit um den normalen Wächter. Ah, schwer. Hat er auch noch Schwäche. Gute Wissen. Und Bruchzustand. Und besiegt. With each battle, I grow stronger. Ja. So, hier oben war ich ja, glaube ich, noch nicht. Now, letting us hunt in. Okay. Tja, das. Now then. Wo kann ich denn erst mal die Wächter? Komm in, if thou darest. My turn now. So, dann müsste der jetzt auch gleich besiegt sein. Jawohl. Ach, scheiße, Speer, nicht Schwert. Obwohl, durch hätte er ja auch Schwäche. So, du bist jetzt im Bruch zu schlafen. Speer. Perfekt. Der Wächter wird endet. Ah ja, Terrian hat gleich Stufe 27 erreicht. Sehr gut. Ist hier überhaupt irgendwas? Nö. Ist ja auch keine Kiste. Schön, dann wird das ja nur eine Verarschung. Ja. Gut. Now, letting us hunt in. Ah, Überraschungsangriff. Perfekt. Victory shall be... Puff. Wuh. I will not be defeated. There. What next? Puff. The battle is... Puff. Also, der ist schon mal tot. Jetzt den zweiten. I will not... What next? Multifrost. Oh, viel süß. My turn. There. What next? How about you? My turn now. So. Genau. Bring in meinen Bruchzustand. If thou darest. Now then. Ha! Well then. There. Und besiegt. I hope I've grown more able. Und Herr Renard Stufe 27 erreicht. Geil. Ja, ich glaube, dann... Kann ich... Zum Ziel. Ja. Oh. Neue Gegner. Gott sei Dank, Überraschungsangriff. Bleib Echter 2. Out of my way. Come in. If... Okay. Well then. Ha! Was habt ihr für eine Schwäche? Ha! Ha! Okay, Axe haben die Ausschwecher. Outta my way. Schönen Imbruch gehen. Ah, Leibwächter 1. Okay. Das waren, glaube ich, jetzt fünf Angriffe von Handel. Sehr gut. Wow. Die bringen ganz schön Kohle. Da ist eine rote Kiste. Ich habe sie gesehen. Und ich ahne, dass jetzt irgendwie ein Bosskampf kommt. Und ich ahne, dass jetzt ein Bosskampf kommt.